Ja, action los! Hau ihn raus da! Okidoki. Come on! Kennst du deinen Text? Ich rasse mal was runter. Frisur? Oh, ich brauche ein Bier. Dann gebe ich euch den und dann bleib ich stehen. Oder geh aus dem Bild oder gib euch den einfach so. Du kannst ja kurz hoch. Und wenn du dann sagst toll, dann gehst du genauso grinsend wieder runter. Ja, genau. Dann sag ich, ja, da sinkt das Niveau. Alter, gut, das sagst du dann. Dann sag ich einfach, was sinkt das Niveau? Dann singen wir ein bisschen Schalala und dann ist gut. Du sagst das 40. Folge. Du sagst das einfach alles, ich reagieren will. Ja, gut. Torben, das ist Polysemia 40. Und darauf ein Toast. Wolltest du dir jetzt nicht was sagen? Nein, wolltest du nicht sagen toll, damit ich mein Einstellungen bekriege? Oh, Arschloch. Achso, okay, dann sag ich toll. Ah, das sieht sehr fein aus. Aber der Torben ist ja noch am Pissen. Torben? Hast du deinen Schwanz in der Hand? Darf ich dich mal sehen? Wuhu! Zu spät. Schalalalalalalalalalalalalala. Das war perfekt. Das muss für den Anfang reichen. Hallo, Kioskmann. Guten Tag, was möchten Sie denn schönes haben? Das war der Rollerfall. Action. Hallo, Herr Kioskmann. Guten Tag, was möchten Sie denn schönes haben? Gerne schönes haben. Nochmal. Rekord. Okay. Peter, mal frei. Stehst du schon? Stehst du schon? Ja. Brother Jakob, Brother Jakob, Brother Jakob. Oh, Alter. Das war weh. Scheiße. Das hat echt viel getan. Das mach mal. Das sieht gut aus. Ja, das macht, das macht, das macht, das ist gut. Läuft, kann man ab? Warte, was war jetzt ein Geständnis? Ja, ich musste ein Geständnis machen. Ich hab da reingekappt. Das muss richtig schrumpf kommen. Ja, ja, das kann ich. Jetzt kannst du dann schrumpf. Hey, dich labern da! Nochmal! So musste ich mir das wenigstens. Jetzt musstest du dir nicht in die Fresse schieben. Fotoaufnahme unmöglich? Ich will ja auch keine machen. Wie praktisch. Hey, Jungs! Seid ihr nicht Man Man und Boy Boy? Ja! Wer will das wissen? Wolltet ihr nicht mal ein Spiel rausbringen? Boah, wollen wir ein Spiel rausbringen? Ist mir so fick egal. Müssen wir dann auch auf die Gamescom? Na klar! Mach mal hier! Du dumme Fatze! Du! Ja! In meiner Firma! Der wollte letztens so eine neue Sekretärin anfangen. Und hast du ein Geständnis? Nee! Nee! Dann geh ich jetzt mal auf den Bord oben! Mit Nutella wär besser! So! Pfff! Das hat man auch genau gepasst! Schmeckt das echt säuerlich! Ekelig! Es schmeckt nach Pappe! Es riecht mir irgendwie eklig, finde ich! Ja! Es riecht total nach Kotze! Irgendwie so! Vielleicht soll das ja so! Essen die Türken! Ja! Das ist Mexikanisch, Mensch! Da hinten sind Bösen! Ganz viele Bösen! Ja! Das sind Bösen! Ja! Ja! Geh weg, Tor! Boah! Das nicht! Und ziel auf Kiefer und nicht auf Nase! Ja, okay! Können wir? Go! Kein Scheißen! Scheiße! Ich hätte ja noch was sagen sollen! Genau! Und erstens musst du putzen! Nee, es muss schnell gehen! Mach ich doch! Ich mal so hoch und dann... Setzt euch mal näher! Okay, dass ihr näher zusammenkommen dürfen, ne? Näher! Noch näher! Das hatten wir schon mal! So, dann reicht jetzt! Wir sind nämlich blind, müsst ihr wissen! Ja, wir können nichts sehen! Und jetzt gehen wir zu Wix-Roulette! Oh! Und jetzt mach ich die Kamera an! Boah! Du hast ja richtig schöne Haare! Ich weiß! Meine Freunde nennen mich den Herrgott! Scheiße! So, okay! Ähm... Ja, okay! Äh, wo? Läuft schon, ne? Ah! Alles klar! Fucker! Ja, wo bleibt denn der Kameramann? Ist schon voll spät! Ich... Ja! Ich... Ich... Ich wollte mal eben kurz reinschnacken! Weil ich bin ja auch noch da! Ja! Wie machst du so viel Text? Nochmal! Langsam müsste unser Kameramann auch noch mal kommen! Was machen wir denn jetzt? Ja! Irgendwie müssen wir die Zeit zutaten! Totazazi! Hutta! 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 So! Nochmal! Das ist schon voll spät! Wo bleibt denn der Kameramann? Was machen wir denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht! Irgendwie müssen wir die Zeit zutaten! Alter! Kriegst du noch deine Zeit irgendwo hin? Dann mach ich... Pass auf! Der Ablauf ist dann so... AUFWACHEN! Dann halte ich so... Ja, mach ich so an... Und dann kommt... Radiowecker! Hä? Und danach kommt dann... Mit mir! AUFWACKEN! AUFWACHEN! Radiocam! Scheiße! Ich bin so geil! Ich bin so geil! Und du weißt, was du sagen musst? Ich bin so geil! Und Vogel, hab die Fresse da oben! Das ist ein Vogelrohr! Kamera läuft! Sieht man mich denn auch im Licht hier ganz gut? Ja, super! Fantastisch! Man sieht nur nicht deine Augen! Gut! Alter! Was ist jetzt los? Hat er gestanden oder nicht? Das war eine schwere Vernehmung, ja! Er hat gestanden! Er hat gestanden! Die ganze Zeit hat er gestanden! Und er kommt jetzt nicht... Ich mach's gut! Das war zu spät! Und los! Alles klar! Da fängt es ihm schon an! Das sieht so aus! Ja, ja! Ich muss mich konzentrieren! Das wird schoner Outtakes! Bisschen langweilig bisher! Du weißt aber, wo dein Mund ist, oder? Alter, das kommt! Ihnen hat's doch funktioniert zweimal hintereinander! Langsam wird's mir warm! Gibst du nicht! Okay, jetzt end! Jetzt noch mal! Auto? Hm, das war nicht synchron! Achso, okay! Action! Boom! Okay, okay! Zack aber! Action! Du musst doch Auto sagen! Und dann war's so! Okay! Nicht zu hoch, sonst... Dann zieht man nicht, aber auch nicht mehr! Ich werde mich rächen! Au! Ich lebe mich hoch! Ich lebe mich hoch! Ich lebe mich hoch! Ich lebe mich hoch! Und wir gehen eingetrinken! Bitte meine Schuhe! Ich teste gar nicht toll! Hoch 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 hoch! Jetzt rein! Jetzt bin ich GOOOOOOzin Google! Ich glaube, das war's schon! Das hast du sehr gut gemacht! Du Ficker! Das war Scheiße! So, das war spitze! Da kommt noch was. Das war kurze. Okay.